Moini Moini Leute Leute im heutigen Video zeige ich euch ein krasses Video Moins Team Meyers Wie man hier sehen kann, kann man schon hier sehen, dass es ein Frosch ist, ein echter lebendiger Frosch Außerdem haben wir hier noch zwei Fidget Spinner am Stüssele Ja, könnt ihr euch vorstellen, ich bin der Fidget, ich bin der Spinner, weil ich spinne Und auf jeden Fall leuchtet der Wenn man ihn angreht Aber der leuchtet nicht Denn man muss einfach nur diese Knöpfe drücken, also leuchtet der nicht Hier gibt es verschiedene Modes Und vier tollen Modes Also ich sehe das einfach zu wild Auch wenn das Spinner Hype schon weg ist, wollte ich trotzdem noch an diesem Video anhängen Ein Anhänger Peace Abonniert meinen Kanal und werdet ein Teil der GMY Der geilste Gang auf YouTube Spooskoskoskoskoskoskos windows